Dieses Video ist nur Spaß und soll niemanden beleidigen oder in seiner Religion verletzen. Also, Fri Menowin. Ach, Dobi-Tunz! Hui, schaut mich an, ich bin deine prima Ballerina, hui! Du riechst gut. Was? Äh, ja, schönen guten Tag. Ja, hallo, ich bin der Menowin. Ja, also, hätten Sie ein bisschen Zeit, um mir über Gott zu sprechen? Ähm, okay, komm rein. Und, ähm, ich will diese Triebe aus mir rausbringen. Die müssen weg. Okay, also, was denn für Triebe? Ja, da passieren ganz komische Dinge, wenn der Dämon kommt. Wieso Dämon? Wieso ist man denn so schimmelig auf einmal? Mami, warum ist Papi nicht zum Abendbrot da? Der Papi steht bestimmt bloß im Stau. Der ist bestimmt gleich hier. Du bist in meinem Leben Was ganz Besonderes für mich Und jetzt dank dem Gott, dass wir was zu essen haben. Oh mein Gott! Lauter! Oh Gott, ich sterbe! Amen!